Du drumrum, das Projekt Weltreise von STH Travel und StudiVZ So, bis jetzt war es stressig, war einiges zu organisieren. Jetzt geht es aber wirklich bald los. Morgen ist um 14 Uhr der Abflug in die großweite Welt. So, was habe ich jetzt mal hier zusammengeführt? Das ist mal alles Medizin, Schlafsack oder Überzug. Ich glaube, ich werde nur den Überzug nehmen. Schlafsack ist zu warm. Aber jetzt geht es mal zum Einparken. Ja, Hans, Frau Kroner, wie groß ist die Ultralandsage? Um 7 Uhr, oder? Keine Ahnung. Und was darf auf einer Reise nicht fehlen? Der gut altbewährte Kauberhutersamerika. Howdy! So, fertig, gepackt. Jetzt kommt der Gewichtscheck. So, der Rest muss ins Handlebig. So, jetzt noch die Reiseunterlagen dabei. Und dann steht jetzt nichts mehr im Weg, dass morgen alles klappt. Also, wir sehen uns in den nächsten Tagen.